Okay, willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tree. Wir sind gerade dabei, den Tagzahn seinen Hintern zu versöhnen. Dazu muss man hier... Oh, komm. Man muss hier diese Teile treffen. Und das ist voll schwer. Hea! Oh, ich konnten mein Weinen nicht viel schnappt, den... E-woll sein, e-woll sein, e-woll sein, e-woll sein, e-woll sein, e-woll sein. Wo sind die dummen Kitty, die muss man nämlich besiegen, sonst gibt es nicht weiter. So, BASH! Das geht viel zu einfach. Jetzt muss ich wieder die Kitty besiegen. Brrrr! ja schon im Fall das ist ein verschlägt die kommen wo er ja die Erkommenshausen Nicht wahr. Okay, da drüben ist ein... Ah, ich hole dich! Okay, noch mehr Katzen. Stirb doch! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ey, ich bin zu konzentriert, um was zu laden. Okay, da ist noch eine Katze. ist die Nächste aber ich will nicht so der mit Zermin Tarnis ich glaube dass sie nicht und ich habe und ich war bei mir die Däden okay dass sie nicht es ist 9 du hast mich besiegt bekommen meine heilige selbst verstärkt zu spüren okay jetzt müssen wir hinter diesen komischen Teil gehen damit ist die Falle nicht an die rauslässt Dörde 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 und jetzt kann ich raus es könnte auch mein Götz ist den ganzen Weg raus oder was hoffentlich kann ich jetzt und die kommt ich hier ich hab den Weg schon wieder vergessen und du stirbst und jetzt geh ich hier rüber und da rechts eigentlich ist der Tempel eigentlich gar nicht so verwehrend wenn man weiß wo man hin muss ich glaube ich muss jetzt hier rechts hin dann muss ich hier auf die andere Seite hin und hier hoch muss ich hier hoch ich weiß gar nicht ja ich hab den Eingang schon zweimal gefunden hier ist der Eingang zu dem Ausgang die 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 jetzt können wir endlich auch mal ich glaube nicht das sind ganz Part ein ein paar drei Minuten dafür gebraucht haben diesen Scheiß zu machen er wird schon hat jetzt zwei Putze Teile Rie wir können eigentlich schon die nächste Welt öffnen Oh mein Gott hau ab lalalalalala und ja nee aber das machen wir noch nicht weil wir jetzt erst mal zu mir gehen das macht das voll voll falsch irgendwie eigentlich aber ich meine es ist nicht ganz schön ja der hat das ist ein bisschen das Bende Tui Geheimnis was jemand wusste bevor es rauskommt dass man Mama spielen kann eigentlich ist er kann ich habe ja ich habe einen Globo in deiner umgekehrt und ja der Prozent der Schell ist zweistöchig muss Zauberwürgen geben wenn man umgekehrt wird ja ich will es ja ich will dann helfen natürlich wir brauchen jede Hilfe die wir haben können ja mach ich jetzt rum 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 Prozent aber auch so haben und sich wieder ein Held drücken gehen möchte ich den Marsch am anstatt schon ab und ab und ab ja ich weiß es geht kann man hier sind Lerner Lerner und dann kann man hier schon unter Springen unterliegen Mönchensburg die Haus bester Schamann ganz im Spiel beste Schamann die 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 und werden das lässt wirklich in den Gegner ausrasten Außenliegen die okay die ich sie recht sind nun da müssen sie tun so wenn ich mir als es nämlich halts eine Sache sie sind ja wenn man genau hinsiegt man so wie kunduken auf dem rand der die ist der das ist der Platte ich hab das Wort vergessen aber jetzt können wir hier von Kuntzauber an beschwörenden Teil links ok jetzt können wir das Teil hier bewegen kommen oh, wir geht viel zu lange ich hab kein Z für sowas auch noch mal in der Grunde genommen ich hasse anfangen ich hasse wenn ein Spiel anfängt da wird immer so viel erklärt jetzt können wir auch dieses komische Teil hier zerstören dann können wir diesen dummen Idioten zerstören BASH dann können wir hier rechts rein und diese Tür öffnen BASH und dann können wir da mal reingehen BASH ok hier rechts ich glaub das muss man ja das muss man als komisches Teil machen das von Jinjo und dann jamschast ok dieses Puzzleteil muss man holen als Golliant weil man da sonst nicht rankommt ok wir haben hier durch ah hier ist nichts ok können wir diesen Typen hier zerstören Smash diesen Typen hier zerstören Smash können wir hier raus können wir hier raus können wir diese Platte aktivieren als Goliath das können wir am nächsten Mal erfahren ne Quatsch war cool wir können diese aktivieren äh wie komme ich hier raus äh komm oh ich will hier raus ich habe noch ein bisschen okay das reicht nicht mehr da kann ich gleich ablaufen lassen BÄSCH BÄSCH wir müssen nochmal Goliath werden also ja Mumbo Magie jetzt zu Ende mööööö und wir eigentlich könnte man alles in einem Mal machen aber ja da habe ich dann schon die Platte aktiviert jetzt können wir das nochmal machen Mayawas Tempel ist eigentlich gar kein Tempel ja egal Kombo 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 ja es gibt keine Toten Köpfe es gibt nur noch das ist irgendwie schade ich finde das schon auch kom ich mache mir diesen Typen fertig WÄSH dann können wir hier dieses Tor hier reinhauen Smash dann können wir mal hier hoch dann können wir diesen Typen auch noch wegmachen dann haben wir alle fertig voll besügt ja komm komm kann ich das irgendwie abbrechen ich weiß nicht oh komm okay das ein Cheeto Cheeto ich kann nicht das kann ich oh ich kann das abbrechen wenn ich C-Stick oben drücke und nicht die Idiot ey oh Mann und ich bin dabei Jam das tausendmal den Wegel drückt Beispiel so dumm können wir mal hier runter okay da kann sie auch springen mit einem Teil blablablabla voll cool können wir hier rein springen jaaa wasserflatsch dann hier runter hier runter hallo Mumbo bum 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 können wir eigentlich Mumbo schlagen äh wie ist das Teil wieder da voll fies das hat sich respawned voll gemein okay da können wir hier nicht mehr rauf können wir hier nicht mehr rauf Döte wir haben gesagt jetzt können wir wieder Bär und Vogel werden und dann werden das keine Zeit Mh mehr ja ich laufe hoch zu stellen das reicht hoch zu stellen ich freue mich schon aufgrund die geben wir haben das wird dann voll scheiße ich glaube ich habe meinen ersten bei meinen Originalspielen erstens spiel so ich habe ich dann schafft ich glaube ich nur vier Prozent weil ich irgendwie so keine Ahnung ich war einfach schlechter nun muss stehen und dann können wir jetzt diesen Partie beenden und ich treffe euch bei Reier beim nächsten Mal beim nächsten Part von Let's Play Banjo Ui Tschüss Leute